Der Büroturm Millennium Tower am Handelsgei 94 bis 96 im 20. Wiener Gemeindebezirk Brigittenau war mit einer Höhe von 171 m und einer Gesamthöhe von 202 m bis zur Fertigstellung des DC Tower eine DK-Sekunde höchste Bürogebäude Österreichs. Auf 50 Geschossen umfasst er eine Bruttogeschossfläche von 47.200 m², wovon 38.500 m² als Bürofläche genutzt werden. Die restliche Fläche ist bis zum zweiten Geschoss allgemein zugänglich und wird unter anderem für ein Einkaufszentrum, Restaurants und ein Multiplexkino genutzt. Der Millennium Tower wurde von 1997 bis 1999 errichtet. Architektur Die Form des Turms wird durch zwei miteinander verschränkte, vollständig verglaste Zylinder gebildet, die durch eine Stahlverbundkonstruktion getragen wird. Entworfen wurde der Millennium Tower von den Architekten Gustav Peichel, Boris Podrecker und Rudolf F. Weber. Ausführendes Bauunternehmen war die AGH Bau für Stalpine M.C. Mieter Im Zuge des Baus wurde auch eine eigene interne Telekommunikationsinfrastruktur aufgebaut. Wodurch dann die MCN Millennium Communication Network AG als Telefon- und Internetanbieter auftrat. Durch Mitbenutzung der Leitungen der Telekom Austria konnte diese auch als österreichweiter Anbieter tätig sein. Da MCN jedoch im Jahr 2000 in Zahlungsschwierigkeiten geriet, wurde das vorhandene Netz im Jahr 2002 von Inode übernommen.